Wird die Hölle ohne Schonung den Verdammten zur Belohnung? Doch aus Gnade lass geschehen, dass ich mög' der Hölle entgehen. Also das, was wir aus unserem Alltagsleben vielleicht als Hölle auf Erden bezeichnen würde, denke ich, reicht nicht ansatzweise heran an die Hölle. Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden. Was ist denn mit dem jüngsten Gericht? Also Gut und Böse? Das ist auch eine Erfindung. Das ist auch eine Erfindung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!